Mein Name ist die Schwester Veronika Petri Mama Vero Mama Vero Ja, habe ich schon gehört Ich arbeite bei Gesundheitszentrum, unsere Diözese seit 1970 70? 70, arbeite ich Ja, und arbeite ich Aber ich war halb halb zum Arbeiten Bin ich im städtischen Krankenhaus, der arbeitete Und halbe Zeit in meiner Diözese Ah, ich verstehe, also an der Okarorschau Ja, in meiner Diözese Aber dann ist es gegangen bis zu Also, 1987 Wo ich dann, die haben mich gewählt als Generaloberin Aha Aber wir haben dann angefangen, schon in diesem Jahr 1987 Ich habe schon gearbeitet Im Krankenhaus Im Krankenhaus Aber auch in der Diözese Okay Vorher war gearbeitet Holländer Die Ärzte, die haben gearbeitet In Turjani Und mit Kumi Die haben da dann uns geholfen Und angefangen mit diesem Medico-Board Und mit dem In der Diözese In der Diözese In der Diözese